Hallo, ich bin Acharya Rutscholeti. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer oder was Gott eigentlich ist? In diesem kleinen Büchlein, Die Existenz Gottes ist offensichtlich, hat Grandmaster Churkursui seine Einsichten dazu mit uns geteilt. Vielleicht habt ihr auch schon mal darin gelesen. Aber wenn es um das Streben nach Gott geht, dann reicht Wissen allein nicht aus. Man muss sich auch immer wieder erinnern. Deshalb möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam an jedem Tag im Advent ein bisschen in diesem Buch zu lesen und euch mit mir an die Existenz Gottes zu erinnern. Ich freue mich auf euch.